Mit der 19. Faszination Pferd findet vom 30. Oktober bis 4. November in der Messe Nürnberg ein reitsportliches Großereignis statt. Weit über Bayerns Grenzen hinaus kann die Veranstaltung auf treue Fans zählen. Für sechs Tage wird die Nürnberger Frankenhalle zum Schauplatz spannender und sportlicher Wettbewerbe. Eine deutliche Aufwertung erfährt das Turnier in diesem Jahr durch die Wertung zum Nürnberger Burgpokal, der zu den bedeutendsten Serien des Reitsports gehört. Wir haben sechs Goldmedaillenträger da. Wir haben Silbermedaillenträger da aus London. Wir haben die Heike Kemmer hat Gold gewonnen in London. Die Dorothee Schneider hat Silber gewonnen jetzt auf den Olympischen Spielen in London. Sie haben das sicherlich noch gut in Erinnerung. Und die kommen und reiten hier die Dressur, nämlich den Nürnberger Burgpokal, der erstmalig überhaupt seit es den Nürnberger Burgpokal gibt, in der Halle eine Qualifikation hat, bevor es dann weiter nach Frankfurt geht. Neben den Turnierereignissen bietet die Faszination Pferd auch zahlreiche andere Highlights. So ist zum Beispiel das Kostümspringen ein echter Publikumsmagnet. Und auch die Galashows am 2. und 3. November werden mit Sicherheit wieder ausverkauft sein. Mit der Faszination Pferd hat sich ein Messebestandteil etabliert, der aus Franken nicht mehr wegzudenken ist. Alle Informationen gibt's im Internet unter faszinationpferd.de